Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 190. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich wollte euch heute auf jeden Fall von einer Geschichte erzählen, die ich einfach sensationell fand. Ich war beim Friseur und saß da auf meinem Stuhl und war ganz froh, dass die Friseurin nicht so eine Smalltalk-Tante war. Ich mag das nicht so gerne, einfach so über irgendwelche Belanglosigkeiten beim Friseur zu schnacken. Ich starre lieber stumpf vor mich hin und auf dem Tisch neben mir, also auf dem Stuhl neben mir, da saß jemand, der sehr genaue Vorstellungen davon hatte, was er wollte. Also er hat da wirklich sehr genau beschrieben, wo sie was machen soll und hier bitte darauf achten und das so und dies und das. Und irgendwann waren sie dann so einigermaßen fertig und dann sagt er, können Sie, ich weiß nicht, irgendwas hat er gesagt, was sie noch machen soll. Und sie sagt, ja, kein Problem, das können wir machen, das sieht dann aber nicht so gut aus, weil das aus dem und dem Grund, also sie hat das wirklich sehr kompetent dargelegt, warum das jetzt eine blöde Idee wäre, sagt er aber, wenn Sie das gerne wollen, dann mache ich das für Sie. Und dann guckt er so, wartet zwei Sekunden und sagt, ich nehme es auf meine Kappe. Herrlich. Ich habe da so ein bisschen in mich hineingelacht, gewirrt vor Lachen, möchte ich fast sagen. Weil, wie großartig, denn wenn es schief geht, dann muss er ja eine Kappe tragen. Allein das, also ich fand es sensationell witzig. Dann war ich jetzt endlich mal, ich habe es endlich mal geschafft, zum Jump Fitness zu gehen. Das hatte ich ja seit drei Wochen vor. Und dann ging das alles irgendwie, ich hatte mir falsche Zeiten aufgeschrieben, da war irgendwas mit der Arbeit. Und jetzt hat es aber diese Woche endlich mal funktioniert. Habe auch gleich einen Anpfiff kassiert, weil ich mich ja schon vor Wochen angemeldet hatte und sie damit gerechnet hatte, dass ich komme. Und ich aber jetzt heute nur Glück habe, dass da tatsächlich auch noch ein Platz frei ist. Das war also jetzt dann Zufall, weil irgendwie das ist halt immer so, man kann da kommen und gehen, wie man will. Und man muss dann halt irgendwie sich im Prinzip vorher seinen Platz sichern. Und wenn man nicht kommt, dann sagt man ab oder was weiß ich. Naja, jedenfalls war es der Anfänger-Schnupper-Kurs. Die machen das so, dass man, das ist ein Sportverein, der das anbietet, aber als Extrakurs. Das heißt, wenn du Mitglied bist in dem Verein, dann musst du trotzdem nochmal extra dafür bezahlen. Deswegen würde ich also nicht eintreten, weil es Quatsch ist. Dann wäre halt die Zehnerkarte ein bisschen günstiger. So bin ich jetzt erstmal zum Schnuppern da und zahle, wie weiß ich nicht, 5 Euro pro Stunde. Und mein lieber Scholli war das anstrengend. Also dafür, dass das Schnupper-Kurs ist, habe ich da ein paar Übungen nicht mit zu Ende machen können. Also das ging doch ganz schön auf die Kondition. Jetzt habe ich natürlich auch schon ewig nichts mehr gemacht an Sport, also gar nichts mehr. Als wir noch in Kiel gewohnt haben, da habe ich zumindest einmal die Woche Volleyball gemacht. Und das ist dann halt komplett eingeschlafen, als wir an die Westküste gezogen sind, weil ich da irgendwie erst keinen Verein gefunden habe. Und dann war immer irgendwas, wie das halt immer so ist. Gut, ein bisschen Fitnessstudio, okay, aber das war ja auch nicht lange. Ich sehe mich da ja auch immer eher als Sponsor als als Mitglied. Und insofern hatte ich also konditionsmäßig, bin ich ziemlich raus gewesen. Aber es ist eben nicht nur Kondition, die da fordert, sondern halt auch Koordination. Also du sollst halt einerseits, hast du dieses kleine Trampolin, das so ungefähr ein Quadratmeter groß ist. Und da springst du halt nicht, es geht nicht darum, hoch zu springen, sondern wirklich einfach ins Trampolin reinzuspringen, um eben den Widerstand zu haben. Und das dann irgendwie in so einem Takt und verschiedene Schrittfolgen. Also es ist halt ja so ein bisschen wie, also ich vergleiche es gerne ein bisschen mit Step Aerobic auf dem Trampolin. Da hast du halt irgendwie, mal machst du von rechts nach links und wenn du da gerade irgendwie so einen Rhythmus gefunden hast, dann sagt sie, ja und jetzt zweimal auf jeder Seite und dann bin ich sofort raus. Und dann wechselt sie irgendwie den Schritt, dann sollst du dann irgendwie, was ich nicht, keine Ahnung, Scheren-Schritt, also das ist halt einmal den Fuß nach vorne und dann im nächsten, also erst ist der rechte Fuß vorne, dann im nächsten Sprung ist der rechte Fuß hinten. Und so geht das immer hin und her und dann auch noch mit Arme und Musik und ach, weiß der Geier, ich war raus. Aber es macht Spaß. Allerdings überlege ich tatsächlich, ob ich das, ob ich das in welcher Form ich das weitermachen möchte. Denn wir sind ja auch noch beim Tanzen. Das ist zwar im Augenblick sonntags, aber der Sonntagstanzkurs findet halt in einem Nebenraum statt, der eigentlich zu einem Fitnessstudio gehört und oder der hauptsächlich von einem Fitnessstudio genutzt wird. Das heißt, da ist irgendwie kein, also der Boden ist halt irgendwie komisch so, ist halt kein Tanzparkett. Und auch vom Licht her. Und also die haben halt einen großen Saal, der wirklich einfach toll ist, der wirklich auch schön aussieht und wo man gerne tanzen möchte. Aber da sind wir halt nicht. Und da könnten wir eben in dem Dienstagskurs drin tanzen. Und das ist jetzt halt so eine Überlegung. Ich glaube, das werde ich auch machen. Also ich werde jetzt die nächsten beiden Wochen, wo ich noch schnuppern darf bei den Trampolin-Leuten, werde ich dann auch hingehen, weil nämlich meine Frau auch in den nächsten beiden Wochen ja noch auf dem Seminar ist. Das heißt, ich könnte dann auch sowieso nicht zum Tanzen. Das ist also auch Quatsch. Dann mache ich lieber das. Und dann muss ich halt mal nochmal diese Geschichte Donnerstagsvolleyball ins Auge fassen, ob das irgendwie hinhaut. Da habe ich mich jetzt auch in der vergangenen Woche gar nicht so richtig drum gekümmert, weil ich weiß ich auch nicht, es war irgendwas am Donnerstag, was. Ach genau, da habe ich genau richtig. Ja, ja, genau. Ich konnte nicht hin, weil ich ja dem Christoph vom ESC-Schnack beim Wohnungenrenovieren geholfen habe. Also richtig viel geholfen habe ich da nicht. Donnerstag war da so ein bisschen Arbeitseinsatz in Anführungszeichen. Also es ging doch darum, zu streichen. Und ich weiß nicht, ich kam, ja, ich habe um eins Feierabend gemacht auf der Arbeit und musste dann halt erst mal nach Kiel fahren. Das dauerte eine Stunde. Habe dann den Hund bei meinen Schwiegereltern geparkt. Und bis ich dann bei ihm war, war es dann auch irgendwie kurz vor drei. Und dann irgendwie so ein bisschen Schnacken, Wohnung angucken, Aufgabe finden, loslegen. Und dann war um vier, fiel da der Hammer, weil die halt alle schon, die anderen da waren, die waren halt auch schon mehrere Stunden dabei und waren dann halt auch einfach durch. Ich hätte noch ein bisschen weitermachen können, aber war auch jetzt nicht gewünscht, weil es eine Taktikänderung gab, dass wir eben nicht unbedingt bis zum Umzugstag fertig werden mussten. Und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt erzählen darf. Das ist ja gar nicht meine Wohnung. Nein, wie auch immer, Samstag, also gestern Abend war dann der große Umzugstag, wo wir also das WG-Zimmer ausgeräumt haben und dann mit dem ganzen Schamott in die neue Wohnung gefahren sind. Und das hat im Wesentlichen alles ganz prima geklappt. Es gab eine sehr, sehr leckere Umzugssuppe in der neuen Wohnung. Und ich sah bei Twitter schon, dass zumindest der Fernseher schon lief am Samstagabend. Also scheint alles soweit geklappt zu haben. Ja, das war eigentlich so im Wesentlichen das größte Event. Ja gut, bis auf heute Morgen. Heute Morgen war nämlich der erste nordfriesische Predigt-Slam. Aufmerksame Hörer erinnern sich, den Predigt-Slam gab es schon mal vor einem Jahr in Dithmarschen. Das war so eine Aktion zum Reformationsjubiläum. Und da hat meine Frau gewonnen. Da waren wir alle ganz ophirisch und ganz stolz. Und jetzt sollte sie heute ihren Titel verteidigen. Und das war eine runde Veranstaltung. Das waren natürlich dann wieder außer ihr, waren halt noch andere Leute da. Also es war nicht die gleiche Besetzung wie beim letzten Mal. Das wollte ich damit sagen. Nur sie war nochmal eingeladen worden, um ihren Titel zu verteidigen. Und ich persönlich fand, dass sie den besten Text gemacht hat, die beste Predigt geschrieben hat. Das habe ich auch von mehreren anderen Leuten gehört, die halt auch gesagt haben, also es ging halt um einen Text von einem Propheten, irgendeine Bibelstelle, muss ich nochmal raussuchen, stelle ich euch in die Shownotes, das ist Spaß, wo also einer der Propheten sagt ja von wegen hier, so wie in den Tempeln Gottesdienst gefeiert wird, das ist scheiße. Im Wesentlichen sagt er das auch ungefähr so, weil es halt irgendwie ausgründen. So, damit sollten sie sich halt auseinandersetzen. Und ich glaube, dass ihr Text der einzige war, der sich wirklich auf einer theologischen Ebene mit diesem Text auseinandergesetzt hat und die Aussage aufgegriffen hat. Die anderen haben einfach den ersten Gedanken benutzt, das Naheliegende, dass sie gesagt haben, ich beschimpfe mal wahlweise Gott oder das Publikum. Und das hat im Wesentlichen funktioniert und das hat auch für den einen oder anderen Lacher gesorgt. Und konsequenterweise hat dann auch jemand, der es besonders laut und geschickt angestellt hat, also der war halt auch wirklich witzig, so der war wirklich unterhaltsam in seiner Predigt. Der hat so ein bisschen das auf die heutige Zeit übertragen und hat dann gesagt, so was wäre denn, wenn der Prophet das bei Facebook gepostet hätte? Dann hätte er das ein bisschen anders geschrieben und hätte dann irgendwie 33 Likes bekommen, 15 mal geteilt und 300 Kommentare und hat dann eben auf ein paar Kommentare drauf geguckt. Wie gesagt, das war durchaus witzig, aber ich fand es deswegen nicht am besten, weil es halt so auf Lacher, auf Unterhaltung gebürstet war und er darauf spekuliert hat, dass eben möglichst viele, ja doch, ja klar, sicher, dass da möglichst viele drauf anspringen und dann bei der Abstimmung eben dafür sind, wie er es gemacht hat. Naja, gut, jetzt ist es, wie es ist. War, wie gesagt, auch unabhängig davon, dass sie nicht gewonnen hat bei diesem Spiel, war es ja trotzdem spaßig und angenehm und eine gute Veranstaltung. Achso, dann habe ich diese Woche noch, war ich mal wieder mit der Kamera unterwegs, weil nämlich ich irgendwann, weiß ich, war das Donnerstag? Könnte Donnerstag, nee. Ach, ich weiß nicht, wann das war. Also irgendeiner dieser ganzen Tage, um Himmels Willen, ist ja völlig wurscht. Wo das erste Mal so ein bisschen schönes Wetter war und wo seit zwei Tagen so ein bisschen Bodenfrost war, bin ich morgens zur Arbeit gefahren und habe gesehen und gerochen, dass die Landwirte draußen unterwegs sind und Gülle fahren, was sie jetzt schon seit Monaten nicht konnten in Schleswig-Holstein, weil der Boden so aufgeweicht war und vom Regen so gesättigt war. Und dann kam also der Auftrag aus der Konferenz, ja, dann schnapp dir mal die Kamera und dann drehst du mal ein paar Bilder für eine sogenannte Off-Matz. Das ist ein kurzer Beitrag, wo im Prinzip ja Bilder gezeigt werden von einem Ereignis und die Moderatoren sprechen einen Text darüber. Und das sollte ich also zuliefern. und ich erinnere noch mal an mein Desaster von selber drehen. Das ist alles nicht ganz so einfach, wie man sich das im ersten Moment denkt. Also so Kamera hinhalten, alleine ist es halt nicht. Musst dir ein bisschen Gedanken machen um den Bildausschnitt und die Komposition in Anführungszeichen. Das war jetzt in dem Fall einfach, weil es darum ging, Trecker aufzunehmen, die Gülle fahren. Da muss man also nicht viel nachdenken, aber dann halt so Feinheiten. Das habe ich dann eben gedacht, okay, beim letzten Mal war es so tierisch verwackelt. Dann filme ich dieses Mal vom Stativ. Und bis ich dieses verdammte Stativ aufgestellt habe, jetzt ist das auch, also es gibt Stative und Stative. Also das, was unsere Kameraleute normalerweise benutzen, das ist so ein bisschen, ich sage mal, robuster. Und das, was wir für diese kleine Kamera im Studio haben, da komme ich nicht mit zurecht. Das werde ich auch nicht mehr mitnehmen. Ich nehme in Zukunft das andere mit. Das einfach, ich weiß nicht, es war ständig schief und krumm. Und dann habe ich also gesehen, als ich ankam, fuhr der mit seinem Trecker gerade vom Feld runter. Ich sage, prima, Bild einrichten, wenn er gleich wieder da ist, dann läuft es ja. Meine Güte, habe ich mir da einen abgebrochen. Das muss furchtbar lächerlich ausgesehen haben. Und dann hatte ich die Kamera gerade drauf und noch nicht richtig drauf. Das war alles noch nicht so richtig fertig. Und dann kam er irgendwie und dann habe ich alles klar eingeschaltet und habe dann so nach 30 Sekunden gemerkt, verdammt, der Horizont ist ein bisschen schief. Das war mir aber dann egal. Und dann wollte ich so hinter ihm her zoomen, weil er halt schon sehr weit weg war. Dann wurde das unscharf. Und jetzt haben wir eine neue Regenhülle auf der Kamera drauf. Dann habe ich das Fokusrad nicht sofort gefunden und die hat das nicht selber nachgefühlt. Und ach Gott, also ich war wieder mal sehr unzufrieden. Nichtsdestotrotz hat es ein bisschen besser funktioniert. Insofern, als dann doch eben ein paar verwertbare Bilder mit dabei waren. Also natürlich gab es da irgendwelche wackeligen Stellen und irgendwelche unscharfen Stellen und so weiter. Und ich habe mit Sicherheit auch bei den anderen Einstellungen, die ich noch gedreht habe, jetzt nicht so wahnsinnig drauf geachtet, wo kommt das Licht her, wo war es eben. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Aber ich habe auf jeden Fall verwertbare Bilder mitgebracht. Das war mir ganz wichtig. Es ist halt leider trotzdem nicht gesendet worden. Aus redaktionellen Gründen. Es war fertig und es war abgenommen und es war alles schön. Aber sie haben dann am Ende aus Gründen doch keinen Platz mehr dafür in der Sendung gefunden. Und ja, ich kriege da trotzdem Honorar für. Das ist nicht das Problem. Aber es war halt nicht so in der Form im Programm, wie ich es gemacht habe. Dafür hat dann eine Kollegin Bilder von mir mitverwendet, als sie am nächsten Tag ein längeres Stück darüber gemacht hat, über das Thema Güllefahren. Das war dann auch wieder gut. Also hat sich gelohnt. Das wollte ich damit sagen. Und als letzten Punkt wollte ich über eine Netflix-Serie sprechen, die ich angefangen habe. Und das ist wieder so eine Sache. Jetzt habe ich angefangen und ich finde es eigentlich blöd. Ich kann aber nicht aufhören. Also die Serie heißt Expanse. Also Ausdehnung auf Englisch. Und es geht, also spielt in einer fernen Zukunft. Die Erde hat den Mars kolonisiert und das schon vor so langer Zeit, dass es jetzt langsam Streit gibt zwischen den beiden Planeten. Das ist also, wir stehen wohl kurz vor einem Kriegsausbruch. Und als dritte Partei sind die sogenannten Gürtler mit dabei, die also im Asteroidengürtel leben und arbeiten und dort Rohstoffe abbauen, auch mal Eis einsammeln und das zu einem der Planeten fliegen und so weiter und so fort. Und das ist wohl auch alles nicht ganz ungefährlich. Und die Bedingungen, unter denen die da leben müssen, sind auch nicht so gut, weil es halt die Luft ist rationiert. Und es gibt nur künstliches Licht und wenig Lebensmittel und bla 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 bla. Und darin entspinnen sich jetzt irgendwie zwei Geschichten. Die eine dreht sich um einen Polizisten, der irgendeine Tochter von irgendwem finden soll. Und die andere Teil der Handlung spielt auf einem Eisfrachter. Spielte auf einem Eisfrachter, denn in einer der frühen Folgen gehen die einem Notruf nach und kommen dann irgendwie so im letzten Moment dazu, wo fremde Schiffe das notrufende Schiff zerstören. Und sie sind da gerade irgendwie mit einer kleinen Gruppe im Shuttle und werden deswegen nicht bemerkt. Und diese fremden Schiffe zerstören eben auch den Eisfrachter. Und jetzt sind sie irgendwie auf der Jagd nach den Verursachern im Auftrag von Blarkeks. Also es ist alles irgendwie sehr verworren. Ich kriege das alles nicht zusammen. Ich kann die Charaktere nicht so richtig unterscheiden. Ich weiß nicht, warum da wer wem auf den Fersen ist. Und also diese ganzen Verwicklungen, die erschließen sich mir auch nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich irgendwie noch nicht den Punkt gefunden, wo ich jetzt dann aufhören möchte. Kennt ihr das? Das ist alles irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also nicht so, als hätte ich nicht inzwischen bei Netflix in meiner Zu-Gucken-Liste noch ein paar andere schöne Sachen, Sachen, die mir auch mehrfach zum Teil empfohlen wurden. Aber jetzt, ich bin halt einigermaßen damit ausgelastet, um da diese ganzen Sachen zu gucken. Und das ist jetzt im Wesentlichen das. Ich werde jetzt die erste Staffel, die gucke ich mir jetzt noch an von The Expanse. Und dann fliegt der Kram raus und dann suche ich mir was anderes. Denn das Angebot ist ja an und für sich groß genug. Ja, das ist es im Wesentlichen, was ich diese Woche zu erzählen habe. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Und wir hören uns dann am kommenden Sonntag wieder planmäßig. Das wird super. Und ja, bis dann.